ja hallo liebe weltraumfreunde ich bin's der tenji und wir spielen fdl fast dann leidt mit dem star trekport und ihr habt entschieden dass wir die kardasianer nehmen zumindest war umulaner und kardasianer die zwei schiffe waren auf jeden fall in der engeren auswahl und kardasianer haben gewonnen und ich habe schon die ersten vier leute benannt und zwar schoßtehler alex daniel und der hat oder hat lam das muss man ja vielleicht noch mal schreiben ob das lam oder hat lam heißt ja und ich muss auch kurz lesen ich glaube keiner von denen hat jetzt eine spezifische position angegeben dementsprechend das ist glaube ich einfach so wie es ist außer jedoch super antrieb schütze das und das perfekt wer dann wer sein wird das werden wir dann sehen die kardasianer sind sozusagen das gemottete schiff von den slugs also von den schnecken weil dementsprechend das lehrer werden wahrscheinlich die freischalten weil da brauchen wir irgendwas mit dem slug anti bio beam das gibt es aber nicht ja wir haben hier eine disruptor drauf eine kardasianer disruptor und noch einen nehme ich mal an kardasianer dappel disruptor der schießt nur einmal macht einen schaden macht doppelschaden an systemlosen räumen hier zum beispiel hier ein schaden hier zwei schaden leider macht er aber auch nur ein ja ein schuss er braucht nur eine power macht aber nur ein schuss das heißt ich kann die zwei abschießen mit nur zwei energie machen aber nur zwei schuss also es wird jetzt naja ist nicht die stärksten dürfen wir auf jeden fall ausgetauscht dann haben wir noch ein kardasianischen phaser also ein ja ein phaser halt der schießt dann halt hier sein beam das nämlich war dass es ein beam ist wir werden sehen denn der macht ein damage pro raum also wieder ein beam der ist jetzt auch nicht so der stärkste der hatte ein schild piercing ja müssen wir schauen und dann gibt es noch ein raketenteil das macht 20 sekunden dauert eine weile macht aber fünf damage also recht starke rakete mit fünf der menschen schon krass gut dann würde ich einfach sagen ach ja wir haben noch ein ftl jammer das heißt die gegner können nicht so schnell abhauen mit ihren ftl die werden gejammt weil wir ja in großen massen kommen in großen gruppen greifen wir an als kardasianer gut dann greifen wir ich lasse glaube ich mal das schiff namen so galor klasse und starte einfach mal die kardasianer das sind ja sozusagen ich habe ja voyager habe ich geschaut und momentan schaue ich mir auch noch mal was heißt noch mal ich hab's noch nie angeschaut momentan bin ich dabei die staffeln von deep space 9 anzuschauen und da sind ja auch die kardasianer und ich bin jetzt in staffel 2 wo es um die marquis geht und der marquis ist ja auch der grund warum die voyager ja dann damals aufgebrochen ist und der marquis ist also dadurch entstanden durch die kardasianer und deswegen ganz schön krass wir erleben wir erleben die geschichte wir spielen die geschichte wir spielen die geschichte nicht aber ja wir schauen mal an haben wir energie natürlich nicht wir haben wie immer am anfang zu wenig energie das machen wir aus wo kann ich ein destruktor an machen das mache ich noch aus und mache noch ein destruktor und ich kann übrigens wieder mal die tarnverrichtung nicht rein bauen und ich glaube hacking und sowas wird hier wahrscheinlich auch nicht rein passen so wie es immer war ich glaube der mod hat irgendwas dagegen klasse gibt es gleich ein store da wir fliegen also im distress und schauen uns das mal an was ist da so schön es gibt ja da kommt gleich welche und sagt hey wir brauchen ein bisschen treibstoff da kommen ein bisschen hammer geht man dem mal was wobei wo die haben uns ein reaktor geupgradet das ist ja nicht perfekt wobei was ich sagen wollte versuche ich erstmal die ganzen waffen zu testen und so bei mir bei den ersten gegnern ist das glaube ich gar nicht so verkehrt eigentlich hier fliegen müssen um hier so rum zu fliegen gewischt schon mach mal ihr wisst ja wie ich das mache ich springe ja mal dann von einem zum anderen versuche alles mitzunehmen weil das wichtig ist und so wer ist jetzt überhaupt wo das muss ich auch gleich noch mal anschauen aber erst mal wir greifen jetzt die an bzw verteidigen wir jetzt mal unseren außenposten und schauen uns das mal was sie haben raketenwerfer und schild haben die wenn wir zu zweit ballern also beide gleichzeitig kommen wir auf jeden fall durch die waffensysteme durch und können da wenigstens einmal schaden dran machen das ding alter was ballern die denn es war unser sound bohr war der laut und ich merke gerade dass ich auch noch die falsche einstellung drin habe und das könnte etwas problematisch werden deswegen mache ich kurz einen cut und wir sehen uns gleich wieder weil einfach der sound viel zu laut eingestellt ist das merke ich aber jetzt erst okay sollte jetzt hoffentlich besser eingestellt sein und ja die dinger sind ziemlich laut wenn sie gemeinsam schießen was sie wahrscheinlich jetzt auch zum glück nicht mehr machen weil die leicht versetzt jetzt sind wir haben ein bisschen schaden schon erlitten aber es passt schon wir kriegen das noch hin die haben ihre waffen sind immer noch da gar nicht gut ich musste gerade also leid ich musste gerade husten ich habe nämlich gerade eine leckere nuss gegessen und wie die nüsse nummer sind sind sie relativ trocken und dann rutschen sie den hals runter und da dann wird es schwierig hätten die jetzt keinen eine raketenwerfer gab es hätte ich vielleicht mal gesagt wir können ja mal schauen ob die uns so schießen können damit wir ein bisschen trainieren können aber naja wir schauen mal showstiel aus unser pilot daniel ist unser waffenschütze alex ist unser engineer oder engineer ich habe die drohne erwischt und sie dann haben wir noch hetlem oder hetlam am schild so und er hat auch gleich ein bisschen upgrade bekommen und gottes dauert ganz schön lange vielleicht soll ich den phaser irgendwann auch mal testen aber jetzt habe ich gerade noch angst vor der raketenwerfer denn der faser braucht auch noch eine ganze weile der aufgeladen ist dann lieber die faser verwenden außerdem wird dadurch der daniel schneller hochgelevelt muss man auch sagen nur schade dass das wir nicht treffen das ist nämlich gar nicht gut noch einen schuss wäre nicht schlecht und sehr schön haben wir gewonnen und müssen jetzt erstmal jetzt überheilen ja wir haben ein bisschen scrap bekommen und die leute beschützen also die wir beschützt haben die haben auch noch ein bisschen was bekommen ist doch jemand verletzt irgendwie nein okay machen wir das so und beim nächsten test normal den phaser der braucht aber eine ganze weile wie man sieht und ich hoffe dass das auch alles so funktioniert dann speichern wir das mal die position ok und warum schiff brauchen eigentlich noch ein bisschen power naja wir springen erst mal weiter und schauen es dann mal gucken was es dort gibt jetzt haben wir keine sensoren oder irgendetwas schlimmes passiert jetzt bestimmt hier drinnen oh da ist ein für der schons ein föderationsschiff was im nebel verschwindet kommen mit den teleporter werden wir die lebenssignale erfassen und teleportieren wir haben jemand bekommen das ist ja krass gleich jemand bekommen gleich von anfang an ein telek dann schaue ich mal kurz ich waffen romulaner ich schaue gerade wer jetzt dazu gekommen wäre der nächste der an der liste ist das ist doch tatsächlich das ist leider ein mensch es gibt leute die haben gesagt sie möchten eher rock sein oder mantis dementsprechend kann ich die natürlich nicht nehmen dem text dem text dem text so dem text nehme ich mal an das richtig schieben ist ich habe einen zweiten monitor das problem ist natürlich die waffen ist ja schon besetzt vom daniel und er macht sich da recht gut möchte gerne an den werfen stehen aber ich glaube das ist nimmst du mir nicht übel wenn ich den jetzt hier hinsetze du bist ja der sensor mann der sensor mann okay wo fliegt man hin da lang mit da 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 kommen wir gar nicht runter ich möchte eher gucken sollen dass wir da nicht ja dann fliegt man doch da lang mal schauen wir einfach mal was das fett im shop gibt weil waffen brauchen auf jeden fall oh die greift da reifen die rebellen schon wieder an was in judas ach so wer ist denn jetzt hier hetlem 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 ist einfach mal dran das gute ist die türen sind noch verbessert die sind schon verstärkt einfach weil oh gott was das denn für ein kleiner laser oh gott ja der ist ja mickrig ach du heilern schnell reparieren gehen boah das ist ja richtig fies ey wir kriegen richtig aufs maul so machen wir einfach einen disruptor an oh hey gar kein schaden gar kein schaden gemacht was ist denn da los na gut die müssen eh beide schießen eigentlich da hab ich dran gedacht oh man hör doch mal auf oh gott ich treff den nicht ich glaub den fäser muss ich doch nochmal verwenden weil es sieht nicht so gut aus oh man oh nein jetzt ist der daniel übernommen worden ja ich schaffte ich komm da nicht rüber das gibt's doch gar nicht komm schieß doch mal bevor der daniel alles kaputt macht oh gott ich muss da echt mit dem fäser ran was problematisch wird denn unser freund hier macht grad alles kaputt so oh gott oh gott das fängt ja echt super an hier muss man echt sagen das fängt richtig super an wir können doch nicht mal ausweichen hoffentlich kann der fäser ein bisschen was kaputt machen ok er kam wenigstens mal durch hat wenigstens die gedankenkontrolle kaputt gemacht aber die raketen die raketen oh nein oh mein gott oh mein gott den heil ich mal schnell und da kommt schon die nächste nein vielleicht kann es gleich drin bleiben komm geh mal mach mal hier ein bisschen mit ich soll schnell den fäser wieder anmachen ganz ehrlich das ist ja richtig abartig boah hier kommt das hängt ja richtig gut an ein Noob bei der Arbeit könnte man sagen ein Noob bei der Arbeit endlich endlich geschafft man 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 boah wir bekommen zwar ein bisschen was aber den Schaden den wir erlitten haben nicht schlecht hä 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 wieso haben wir gar keinen Schaden ach diese Bomben haben nur Systemschaden gemacht kein Hüllenschaden deswegen gab es ja auch keinen Schaden ach so ja dann ist was ja dann gar nicht so schlecht ja dann haben wir doch gut überlebt so Demtrex du Dex Dex Demtrex ich weiß nicht wie man es ausspricht genau äh gut dass du hier an Bord bist du kannst ja alles schön sauber machen und reparieren das ist gut so jumpen wir mal weiter hier wollte ich hin da lang und dann wollte ich wollte ich hier so runter Entschuldigung dass ich jetzt ein bisschen aufstoßen musste so was haben wir denn hier uh Söldner könnten wir dieses schaffen naja komm die greifen wir mal an ob wir die schaffen ist dann natürlich was anderes aber wir können das ja versuchen dann machen wir erstmal nicht den Faser sondern machen wir einfach mal hier volle Kanne hier drauf was haben die für Waffen uh ein Beam und ein Laser wenn die es richtig angehen und den Laser schießen und danach den Beam machen die richtig fett Schaden muss ich echt aufpassen ah wir müssen nein und die haben es natürlich gemacht die Schweine haben es natürlich gemacht wer konnte das denn ahnen okay wir sind durchgekommen das ist schon mal was gut ist so okay das Schild ist schon mal down zumindest noch machen wir es mal so sehr schön hehehe gut und so machen wir es jetzt fertig ganz einfach Tür machen wir wieder zu na Waffen sind leider noch nicht drauf gekommen schade vielleicht mal beide da drauf schießen nein deswegen ist es eins trifft wollte ich gerade sagen aber haha ja so viel dazu Daniel du musst doch ein bisschen zielen lernen geht doch jetzt alles wieder da drauf die Schilde damit sie sich nicht wieder reparieren was sie leider gemacht haben aber wir sind gleich wieder drauf gekommen perfekt so das gute ist natürlich dass sie schnell laden und dadurch kriegt Daniel recht schnell den Skill den er braucht um schneller zu schießen und aufzuladen wir haben auch wieder ein bisschen was bekommen perfekt wir haben schon 107 haben immer noch keinen großartigen Schaden gekriegt das ist ja krass das gefällt mir ein bisschen ja einen Schaden bekommen okay vielleicht ist es doch nicht so super mega gut wie ich dachte aber hey ist okay ist okay dann sollte ich das gleich mal speichern und wir geben uns dahin wir sind relativ schnell unterwegs oh das ist gar nicht gut uh das ist gar nicht gut wir müssen eh so lange bleiben bis das hier ist dementsprechend könnte man natürlich versuchen drüben irgendwie Schaden zu machen und ich hoffe dass der Phaser einfach besser trifft aber ich glaube den kann man gar nicht ausweichen dementsprechend trifft man den immer und dann versuche ich einfach mal hier so durchzuzimmern ich habe halt ein bisschen Angst vor der Sonne weil die immer recht viel Damage machen die Dinger wenn das brennt und so so einmal schön durchgekommen die haben leider auch einen Schaden gemacht aber ist noch okay ist noch okay so wir müssen eh noch warten so dann kommt jetzt nochmal der Phaser rüber schön perfekt und da kommt die erste Solar-Dings nicht schön und die sind tot wir brennen leider auch ein bisschen so jetzt müssen wir leider noch ein bisschen warten bis wir springen können ach hier unten brennt es auch krass nein ist echt kaputt gegangen man ich habe zu spät reagiert schade jetzt ich muss aber weg hier bevor das Flair wieder anfängt aber ich kann ja schon mal den Reparaturtrupp da hinschicken aber wir jumpen schon mal weiter auch wenn die jetzt nicht an ihrer Position sind aber was sollen wir machen ach du Highland jetzt geht es ja richtig ab hier jetzt geht es ja ab jetzt brauche ich doch mal ganz schnell mein Schild wieder kommt Leute alle an ihre Position zurück außer außer Damtec du kannst es weiter machen aber interessant krass die sind sozusagen ungeschützt das heißt ich mache meine Phaser an und ballere die da einfach da drauf erstmal auf die Waffen komplett einmal durch oh schön nein die schießen die schießen die schießen sehr schön ja schade haben sie das auch noch kaputt gemacht die machen alles kaputt hier bei uns aber egal es wäre nicht Star Trek wenn nicht unsere Schiffe kaputt gehen würden bei den Kämpfen aber wir können es ja immer wieder reparieren ach du Highland wenn jetzt hier zwei Asteroiden kommen dann war es das mal komm wir fertig mit reparieren los wir fertig so dann jumpen wir weiter bald sind wir beim Store und das werden wir auf jeden Fall noch mitnehmen in dieser Folge so was haben wir ein schönes ein Schiff mit einem Piratenmarkt Piratenzeichen ist da und die möchte uns was verkaufen ja die haben letzt die verarschen uns gerne komm wir greifen die an bevor die uns angreifen können denn ich weiß doch die verarschen gern und ich werde glaube ich wieder meinen Phaser als erstes einsetzen dass ich die auch in Waffen wegballer äh weil die sind wichtig dass die weg sind so und der Phaser der braucht glaube ich neun Sekunden wenn ich das richtig gesehen hatte ja und hier der Daniel der schon haben sie es wieder geschafft durchzukommen die Schweine die schaffen das immer wieder das gibt es gar nicht die schaffen das immer wieder aber es brennt jetzt schön da drüben was die haben es geschafft ach unser Schild war ja kaputt haha hab ich nicht mitbekommen ok da brennt es schön ok dann haben wir das auch gleich erledigt das reparieren wir nicht so schnell und die sind kaputt die werden abhauen theoretisch könnte ich mich jetzt rüber teleportieren und die schnell kaputt machen komm das mach mal wir telefonieren uns rüber und dann hauen wir die äh kaputt machen hier ein Autofeuer mal aus und machen auch mal hier aus schnell 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 dann geht es hier rüber und dann bekämpfen wir die oh nein die haben wir haben die erst hier wieder ganz ah das ist doch ganz geworden nein das ist wieder ganz geworden das gibt es doch nicht da wird das in dem Moment ganz ruhig rüberspringen will oh mein Gott ach du Scheiße das heißt ich muss jetzt abhauen äh und muss jetzt warten und muss jetzt warten und hoffen dass ich meine Crew wieder zurückholen kann oh Gott ey das fängt alles richtig gut an richtig gut ja komm oh oh ja jetzt hol ich mal schnell zurückholen oh mein Gott mal jetzt ganz schnell rüberballern kommt klatsch einfach weg das Gegnerschiff klatsch ist einfach weg boah ey man oh ja das war äh eine sehr erfolgreiche Aktion die war super geplant und durchgeführt hätte ich nicht gedacht dass es so gut funktioniert oh Mann mehr fällt mir da einfach nicht ein einfach nur oh Mann oh Mann oh Mann oh Mann ja hallo willkommen aufs Noobs Kanal so oh da gibt es eine ja eine Übertragung ein Signal von Planeten ja jemand hinschicken da verliere ich vielleicht jemanden deswegen lasse ich es lieber weil ich mag diese ganzen Fallen nicht man muss natürlich auch ein bisschen auf Risiko gehen aber ich habe schon so viel Pech gerade momentan gehabt Klon B ist doof Drohnenkontrolle will ich nicht hier könnte ich mir noch jemanden kaufen hier gibt es auch nur Bomben hm machen wir erstmal fixen verkaufen können wir nichts ja überlegen ob wir uns hier jemanden holen haben wir hm also wir könnten noch einen Nahkämpfer gebrauchen wenn wir einen Teleporter dann wäre das ganz gut es wäre aber auch ganz gut einen Rockman zu haben weil der länger lebt das ist die Frage nehme ich einen Rockman oder nehme ich den ich glaube die Rockmans sind seltener die angeboten werden ich weiß es nicht aber ich glaube ich hätte gerne jemanden der mehr aushält deswegen nehme ich erstmal den Steven können doch beide nehmen da bin ich so pleite jetzt gleich wird glaube ich ein bisschen schwierig ich möchte ja noch ein bisschen was upgraden deswegen lasse ich das lieber und ein Rockman war muss ich schnell schauen mhm und ich würde es nett finden wenn du ein lila Rockman oder ein Mantis vorzugsweise knallgrün äh es ist kein lila Rockman das ist ein roter oder was ist das das ist doch rot ne das scheint ein roter Rockman zu sein ist ja die Frage wenn der ist ja rot wenn der nicht lila ist dann muss ich ja dann irgendjemand anderen nehmen der gesagt hat er möchte ein Rockman sein und da schaue ich nochmal schnell nach und bin ich wieder und da ist ich jetzt keiner glaube ich für Rockman ich hoffe ich habe ich habe nichts überlesen ähm deswegen werde ich jetzt den Vincent auch wenn es kein lila Rockman ist trotzdem einfach so nennen weil der ja auch in der Reihe ist sozusagen so zwei Flätze haben wir noch frei he 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 ja aber damit würde ich sagen war es das schon wieder ja ich war der Tenji hier von Syripskanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dann tschüssi 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 tschüssi